Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier in unserer Minecraft Arena und heute fangen wir mal mit etwas stärkeren Kreaturen an wie Magier, Diener, Loren und so ein Kack. Bekämpft mir heute mal unter meiner Seite so etwas TNT, ja mein TNT-Freund ist da, die brauche ich mal kurz auf. So Leute, hier ist mein TNT-Freund und ich hoffe, das funktioniert nicht, aber ne, das funktioniert nicht. Also fangen wir gleich mal an mit dem Zombie-Dorf-Bewohner. Moment. Okay. Schon so früh kommt es den Anschluss. So dass er so richtig wandelt, jetzt brauche ich erstmal den Weg wieder nach oben. So Leute, jetzt haben wir hier mal ein Ender mit dem V, was man auch mit einem töten kann. Aber ich weiß nicht, wo man das findet. Also gibt es dazu jetzt auch King oder was. So, da haben wir den da schon. So, dann kommen wir mal zum Wächter. Und der Wächter, der ist relativ böse und fies. Und solange man sich vor etwas verstecken kann, ist dann hier schon alles wieder in Ordnung. Und diese findet man besonders im Wassertempel. Und... Und... Ja, ihr seht ja, es gibt hier so ein komisches Effekt. Ein Krab... Na ja, ein komischer Effekt auf jeden Fall. Ich glaube, das ist langsamer Effekt. So Leute, und der trockt. Einmal Schwamm und einmal keine Ahnung. Jetzt ist hier noch so ein anderer Wächter. Was macht der? Gar nichts. Okay. Okay. Der gibt uns Damage. Und spawned nur 5. Auf. So. Jetzt kommen wir zu dem Schlimmskrat. Das ist die Hexe. Die ist wirklich richtig schlimm. Die ist nefftötend. Warte ich doch sie mal dahin. So, jetzt hat es mich schon einmal abgeworfen. Das wird jetzt ne riesen Blitz. das ging bis nach oben jetzt können wir uns noch mehr verstecken so jetzt haben wir die auch schon geklärt oder jetzt mal kurz bis ein bisschen so leute jetzt haben wir die schlimmsten jetzt wollen wir mal einen diener wir sehen der greift sofort an jetzt und da hier mal so nackt die sieht er macht zwei damit schaden zwei herzen und eigentlich und der war hier sonst mag gut haben wir den auch schon abgehakt ihr habt gesehen sie ist jetzt ein magier und der kann diese dinger hoch beschwören und dann Ja und von denen kommen auch hier diese Dinger, das ist wieder so ein Chef Slime. Ja schon, was macht der? Man hat schon da vor dem Video gesehen, wo man den findet. Den findet man in der Dingsregion. Den findet man in der Hölle, wo man in der Schwester herkommt. Oha, oha. Und ja. Das ist gefährlich. Und ihr habt gesehen, wir wären fast drauf gegangen. Aber nein, wir hatten ja hier dieses roten Ding hier. Mit diesem Ding geben wir ja nicht drauf. Ach, jetzt haben wir die Viecher, Alter. Das kommt, geht hoch, geht hoch. Ja, schieß drauf. Die Klinge greifen an. 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 Das kommt auch an. Das ist един. Die Klinge greifen an. Ihr seht jetzt haben wir hier einen Kast, oder auch einen Spast. Ich brauche unbedingt nur P-Apfel leider. Okay. Gut lebt, genau. So, jetzt haben wir nicht genau gesehen, was der droppt. So, da droppt hier ein bisschen Blackrock und Eisen. Und damit verabschiede ich mich für diese Runde. Es kommt noch eine Runde davon, das wird dann auch die letzte sein. Also sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es nicht so 10 Grad ist, kommt es hin zu den Runde drauf. Ich habe eine Runde drauf. Also kommen die Runde drauf. Die Runde drauf.